Servus Albanda und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together. Ich begrüße meine beiden Mitstreiter. Hallo an die Goldene Horde. Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und Salam Aleikum. Ich freue mich wieder mit euch hier auf dem Pferderücken aufgesattelt zu haben. Und wir werden jetzt gleich wieder hordenmäßig unterwegs sein. Und natürlich den weit weniger mächtigen, weil deutlich kleineren Schriftzug hinaus war. Hallo. Hallo. Ich bin hier ganz klein. Ich bin hier unten. Hallo, könnt ihr mich sehen? Den Schriftzug der Horde können wir nicht mithalten, gell? Das ist so asozial. Guck dir meinen Reich an. Was ist los? Was blockiert das? Ich verstehe es nicht. Ist das echt Kreter? Wahrscheinlich hätte ich Kreter, hätte ich den größeren Schriftzug. Nehmen wir mal die Pause raus, dass sie so ein bisschen Zeit vergeht und Struppi vor lauter Krieg in Panik versinkt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir schon länger nicht mehr aufgenommen haben. Und überrascht bei mir, wie viele riesige Nationen hier rumlaufen. Ja, uns eingeschlossen. Uns eingeschlossen, ja. Polnitschorn ist natürlich ein mächtiges Bollwerk gegen Günner hier. Ja. Das wir mal ordentlich auseinandernehmen sollten. Der Drängel ja regelmäßig, wie groß Günner mittlerweile geworden ist. Wie geht's denn Dänemark so? Ja gut, ich hab ja einen Ruf zu verteidigen im Gegensatz zu euch, ne? Ja, stimmt. Ich hab nur zu gewinnen hier. Nach unseren bisherigen LPTs. Also Dänemark hat nur 31.000. Gegen die kann man vorgehen. Ich glaub, Günner geht auch schon häufiger gegen sie vor. Ja, die Waffenruhe ist ja weg, ne? Aber mein Ding ist noch, ich will vorher auf jeden Fall noch einmal die Admin-Tag rufpushen. Das möchte ich gerne einmal noch machen. Genau. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall gegen Polnitown mit dir noch mal vorgehen wollte. Die sind gerade mit nicht allzu starken Verbündeten unterwegs. Ja. Wenn man da zum Beispiel, ich glaub Venedig haben sie, genau. Wenn man da Venedig zum Beispiel aus dem Weg schafft, dann ist er eigentlich der einzige harte Gegner auch schon raus aus dem Rennen. Ja. Oh, sie kämpft gerade gegen Brandenburg. Das kommt nicht gut für ihre Manpower, weil Brandenburg ist nicht groß. Richtig niedlich, was die da versuchen gerade. Kann sein, dass ich Schiffe baue hier drüben? Ah, Khorasan gibt mir zwei Admin-Macht jedes Jahr. Das ist ja richtig wenig. Ja, ohne Scheiß, ne? Also, nur weil sie nicht so gern haben, Günner. Stell dir mal vor, du legst dir da so zehn von denen zu, dann hast du auf einmal ganz ordentlich was anmacht. Ja, das ist, äh, ja, wobei, also 20 Admin macht im Jahr, das ist schon okay, ne? Das wird dann schon mal ein bisschen besser. Äh, aber... Ich warte eh drauf, dass Günner aus Chagatai angreift, weil er nicht sieht, dass sie von Ming garantiert werden. Äh, du, das ist aber tatsächlich, wäre das gar nicht so doof, ne? Ich spekuliere da so ein bisschen drauf. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich Entdecker-Ideen genommen habe. Tatsächlich wollte ich irgendwie da oben rumkolonisieren, damit ich genau nach Kuznetzk komme, um dann die Mongolei zu erobern, damit ich die Grenze mit Ming bekomme und damit Ming das Hordendesaster kriegt. Ah! Das war meine Überlegung. In der Tat, in der Tat, in der Tat, in der Tat, das könnte durchaus sein. Apropos in der Tat, Bengalen ist ziemlich groß. Ja, Bengalen sind riesig. Aber Bengalen hat keine Truppen. Oder Delhi, oder Bachmanis. Ja, das ist das Toll. Bengalen hat sowieso nie Truppen, Marvin. Die kannst du ja mal einfach so angreifen. Genau, das ist noch nie schiefgegangen. Also auch Verdacht, ne? Ja, das ist ein böses Bündnis da unten. Delhi, Bengalen, Bachmanis, alle zusammen. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Oh, nein. Ich kriege eine Revolte. Ich nehme mal hier. So, wo soll die kommen? Norwegische Separatisten. Okay, ich glaube, die kriege ich gehandelt. Gerade so, ja. Dänische Thronanwärter-Rebellen gibt es übrigens. Ah, ich bin auf Inseln unterwegs. Bei dir aus Tunesien. Und Lemkin. Sie sind beide in der Koalition gegen dich. Sehr praktisch. Muss erst mal wieder reinkommen. Okay, ich habe ja eine riesige Söldner-Armee. Vielleicht sollte ich mit der was tun. Apropos riesig. Du hast übrigens auch eine riesige Koalition gegen dich. Da war mal was. Frankreich ist auch dabei. Frankreich ist beigetreten. Dann war da doch mal was. Aber die haben mich doch so toll lieb. Ah, stimmt. Ich habe ja Galeren. Ich habe ja eine Flotte. Genau, er kann ja was. Außer machen, dass die Luft stinkt. Ja. Das habe ich jetzt nur gedacht, nicht gesagt. Ja. Ich meine, ich habe schon eine Beziehung verbessern, Berater an. Ach nee, warte mal. Ist das... Hä? Warte mal. Das ist Dänemark. Bin ich blind? Ich bin blind. Nö, ist es nicht Dänemark. Die haben sieben Flotten. Haben die hier. Ah ja. Okay. Sieben Flotten oder sieben Schiffe? Sieben Schiffe. Ja. Dann kann ich nämlich auch direkt hier über Arland rüber. Gut ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ja, ist richtig. Ach hier, sag mal, Struppi. Du kannst noch ein bisschen Schwedisch, oder? Ja. Ein bisschen, ja. Das fand ich nämlich mal ganz witzig, als ich letztens noch mit einer Bekannten geredet habe, darüber, dass ich während meines Studiums ja Schwedisch lernen wollte. Das ging dann nicht, weil da, wo ich studiert habe, eben Süddeutschland, da gab es kein Schwedisch, ne? Und da habe ich ihr von erzählt und dann sagte sie so, ah ja, ne, Smirrebröd, Smirrebröd und dann habe ich gedacht, hm, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, Smirrebröd ist, glaube ich, Dänisch. Aber ich bin mir nicht, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ist das, weißt du, ob das, ist jetzt hier so aus der Kategorie Stupid Things to Know, ne? Ja. Aber ist das, ist das tatsächlich dann Dänisch oder ist das Schwedisch oder weißt du da was? Also ich denke mal, es ist durchaus möglich, dass es sowohl als auch ist. Das, äh, meine Dänisch und Schwedisch und Norwegisch sind ja jetzt nicht so groß. Sehr verwandte Sprachgruppen, ne? Eben, du solltest natürlich keinem Schweden sagen, dass es eine Sprache wie Dänisch klingt, aber, äh, ansonsten, ich glaube, es gibt es in beiden. Also Smirrebröd gibt es auch im, äh, Schwedischen. Ah ja, okay. Nach dem, was ich zumindest weiß. Ein Schwede unter den Zuschauern, ich glaube, wir haben sogar, ich habe sogar einen, ähm, oder wir, wie auch immer, gibt es ja eine gewisse Überschneidungsmenge hier, ähm, könnte das nochmal aufklären. Ja. Würde mich nämlich jetzt auch interessieren, tatsächlich. Hm. Ähm, können wir mal, ah wohl, ne, warte mal, wir machen jetzt bitte keine Pause. Wir können übrigens auch. Ne, 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 lass, 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 ich, äh, ne, ich bin, ich bin schon wieder hier in meinem, ähm, in meinem Min-Maxing-Mode drin. Wir lassen das mal gerade. Äh, wow, ey, ich kann mir echt keine Berater leisten, ne, ich bin so, ich bin so untaublich arm. Oh, shit, der greift mich in Pollenlaff an. Wart, hast du nicht irgendwie richtig viel Kohle pro Monat? Habe ich mal zeitweise auf jeden Fall gemacht, ne. So, ich habe Gewaltmarsch, bam. Naja, okay, gut, wir schaffen das, obwohl wir halt einen Kampfmalus hier kriegen, ne. Ja, das ist halt echt übel. Boah, Alter, und dann haben die halt so einen fetten General da drin, ne. Hm. Hm. Wohl, geht so, ne. Also ich habe die Frage mit dem Smurre-Prood gerade in den Chat von Jake gepostet, der ist international und da wurde mir gesagt, das ist Dänisch. Naja. Rhein-Dänisch? Also das Wort zumindest. Hm. Wahrscheinlich gibt es, eventuell gibt es auch woanders. Und. Äh, was? Ja, gut, das hatten wir nie. Das hatten wir nie. Wofür machst du dieses O-Dänisch? Das O-Dänisch, ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist ein rein dänischer, also zumindest nicht schwedischer Buchstabe. Ich meine, dafür kannst du ja im Schwedisch mit dem Ö einfach beschreiben, ne. Deswegen hab ich jetzt nicht von vornherein ausgeschlossen. Ja, interesting, interesting, interesting. Indeed, my friend, indeed. So, jetzt müssen wir mal grad schauen, wie weit bin ich denn, Diplo bin ich derzeit ja hammerhart voraus, alter. Hammer, hammerhart. Das ist echt hammer, hammerhart. Da ist einiges am Start. Repressionspolitik oder, ne komm hier, Aufständische der Eingeborenen minus 100, dann brauche ich mich darum, nicht zu kümmern. Wobei das eigentlich da hinten, glaube ich, gar nicht so gravierend ist, ne. Ist egal, wir versuchen das jetzt trotzdem. Ich mach da hinten mal eine Kolonie auf, so. Da gibt's ja auch Goldprovinzen und so ein Gerümpel, ne. Das ist auch immer ganz gut. Wo machst du eine Kolonie auf? Äh, hier in Sibirien, ähm. Ach, hm. Ja. Okay. So. Dann mach viel Spaß dabei. Ja, danke. Oh, ich kann wieder was konvertieren. Nehmen wir eine orthodoxe Provinz diesmal. So, wo willst, wo wollen die moskovitischen Deppen jetzt, äh, hier, Belusero und Totona? Ähm. So, was mach ich denn jetzt am blödesten? Hm. Das sind 60.000 Mann. Ich brauche also nochmal 30.000. Achso, ne, warte mal. Wente ich. Bei minus 6 und ich bekomme durch meine Truppen. Das heißt, das könnte man schaffen. Ach, stimmt. Ich hab ja Rom-Sunnitisch gemacht. Fällt mir jetzt erst wieder ein. Da war ja was. Hm. Ich schelm. Boah, Alter. Warum ist denn hier alles, jede Provinz, die ich habe, hat halt so harte Aufruhrwerte? Und bei denen weiß ich das noch nicht mal. Warum hatten die so krasse, so krasse Unruhwerte? Fies Kind. Fieses Kind. Soll ich die einmal unterdrücken? Ich glaube, ich unterdrücke die einmal. So. Boah, das hat ja kaum Macht gekostet, ne? Georgische Nationalisten. Oh nein, da kann ich die... Oh, ist das so dumm. Da kann ich die Pute gar nicht hochballern, ne? Könntest du vielleicht irgendwie so ein paar Truppen irgendwie in Trapezund irgendwie so zurücklassen? Muss gar nicht mal so wahnsinnig viel sein. Wieso? Ach, einfach nur, weil da gleich eine Revolte von mir kommt. Und ich bin gerade dabei, Dänemark jetzt... Oder bin gleich dabei, Dänemark zu plätten. Hm. Ja, ich kann ein paar Leute hochbringen. Ich habe jetzt gerade auch nichts unterwegs. Nein, ich habe gerade nichts unter... Ich sammle gerade meine Truppen an der voren-litauischen Grenze. Oh, willst du dich schon angreifen? Ich greife die ohne dich an. Okay, gut. Dann bübele ich danach dann nochmal drüber. Weil dann... ...wenn die grennten Großmächte in dem Krieg mit denen. Dann kommt keine andere rein und interveniert. Ich glaube, das könnte ganz praktisch für uns sein. Ja. Beluzero sind auch nur maximal irgendwie 10.000, ne? Das ist... Die haben 80.000 Mann. Und ich sammle an meiner Grenze gerade 90.000, habe sowieso mehr als sie. Okay. Genau. Praktisch wäre es, wenn ich jetzt noch die nächste Tech bekomme, dass ich warte wahrscheinlich noch bis zum Januar und riskiere das einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Oder ich habe Glück eher. Vielleicht machen die Venezianer nicht mit. Die sind gerade in zwei Kriegen beschäftigt. Oh, das wäre praktisch. Das wäre sehr praktisch. Oh ja. Oh ja. Das sieht gut aus. Wobei Venedig eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre in dem Krieg. Portugal wäre mir lieber, wenn die rausblieben. Aber die bleiben wahrscheinlich nicht da draußen. Du, ich glaube... Ich glaube, ich muss dir jetzt irgendwie so eine Anfrage wegen Hilfe schicken. Freunde in Not. Und, ne, da kommst du... Ja, mach mal. Kannst du überlegen, ob du machen willst oder nicht. Ja, mach mal. Hey, mein Schriftzug. Oh, nice. Nice, 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 nice. Immer noch kleiner als Gönnas. Ja, aber du weißt ja, es kommt dir nicht auf die Größe an, ne? Ja, ich... Ja. Ja. Komm her, wir erklären jetzt mal Dänemark den Krieg. Wofür können wir gewartet haben? Ah, 250 Dukaten verliere ich. Oh, Mann. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo meine Armeen hinzuhren, dann sehe ich, dass 32.000 Mann auch irgendwo in Lothringen rumstehen. Boah, geil, ey. Was weiß ich, wie lange es seid. Struppi, du bist ein Schatz auf jeden Fall, möchte ich nur schon mal sagen. Ja, habe ich gar nicht gemerkt. Also, dass... Dass du ein Schatz bist, ja, okay, gut. Nee, deine Stimme ist noch relativ normal, wenn du anfängst, so komisch zu reden. Oh, ich drücke... Nein, Schatz. Ja, mein Schatz. Und komisch geworden. Ja, ist die Precious. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, Marvin. Habe ich toll gemacht, oder? Seit wann habe ich Fünf Missionare? Ah, Scheiße. Mist, ich habe schon wieder verkackt. Ah. Güter der heiligen Städten, Eroberung Jerusalems und Eroberung Roms. Fünf Missionare. Ich bin der Beste. Au. Wow. Was denn? Ich bin gerade erstaunt, dass ich so viele Missionare habe. Das ist echt ungewohnt für mich. Es geht schnell. Und ich bin natürlich wieder mal erstaunt, wie bescheiden ich bin. Das hat mich gerade ein bisschen vom Hocker gehabt. Da habe ich selbst ein bisschen gestaunt, wie toll ich bin, ne? Genau. Da kann man schon mal verwirrt sein. Auf jeden Fall. Oh, Marokko. Die Polizei hat mich angegriffen, das ist uncut. Ich hatte gerade quasi fast den Zeiger über dem Polen-Litauen-Krieg-Erklären-Feld. Frankreich, Französisch-Brasilien-Temken, Aragon, Navarra. Na ja, machen wir den Schein? Also alle hier mit Polen-Litauen, Halleluja. Ach fuck, da sind sie ja auch noch. Das wird ein Spaß. Da stehen meine Truppen ja schon mal gut da, ne? Bitte? Da stehen meine Truppen ja schon mal gut da rum. Ja, jetzt kriegst du endlich, äh, den... Warte mal kurz, ich muss mal gerade schauen, ähm... Da brauche ich auch eine Aspirin. Oh. Äh, vor allen Dingen, was ich so heftig finde, ist ja, äh, warte mal, hat Leon sich unabhängig gemacht, Marvin, oder hast du die rausgepresst? Die haben wir mal befreit in einem Krieg. Oh, Alter. War Frankreich, ist halt reingetröten. Äh, lass uns mal gerade gucken, also... Portugal ist durbel, Tunesien auch, Frankreich auch... Keiner hat's gesehen. Was? Was ist passiert? Ich hab Frieden gemacht. Was hast du gemacht? Wie? Was? Was hast du auch... Frieden gemacht. Wie? Wann? Warum? Ich hab ihnen 6600 Dukaten gegeben. Das ist... Was? Du hattest 6600 Dukaten? Nein, aber ich habe eine Bank, die mir Geld gibt. Wow. Man kann... Das ist immer sehr lustig, wenn man einfach mal seine Koalition wegkaufen kann. Ach nee, doch. Oh, Glück. Oh, ich dachte gerade, ich hätte... Ich dachte gerade, ich hätte jetzt Frieden gemacht. Frieden mit Porn Litauen. Puh. Sehr komisch gewesen. Also, du hast gerade einfach dir so viel Geld geliehen, bis du sie abbezahlen konntest, ja? Jo. Okay? Okay? Ja, das ist so. Sehr lustig, auf jeden Fall. Dann... Kommen wir jetzt nur zur Frage... Geh ich bankrott oder zahle ich's ab? Äh, wie viel musst du... Äh, du musst 6600 zurückzahlen, ne? 5700 insgesamt. 5700 musst du zurückzahlen. Ja, komm, Günen, da können wir doch mit der Zeit zusammenlegen, oder? Bestimmt. Also, ich meine, ne. Ich meine, ja, ich fühl jetzt einen Krieg gegen Porn Litauen und presse ihnen einfach das ganze Geld ab. Und dann bezahlen wir dann auch die Schuld zurück. Das wäre auch geil, auf jeden Fall, ja. Ne, warte mal, du bist ja jetzt zweier Belagerung, Hans Kopp, ne? Mach das mal bitte, ey. Danke, ein Anfang. Ja. Das war die Hälfte meines derzeitigen Geldes. Es ist also nicht viel, was ich habe. Äh, wie viel brauchst du? Ich hab... Ne, warte mal, ich hab noch ganz viele Schulden am Laufen. Moment, den muss ich mal gerade hier... Zumindest, äh, ein Darlehen muss ich mal gerade zurückzahlen. Also, wenn ich nicht würde, mitmachen. Minus sieben, obwohl sie in zwei Kriegen sind, ne? Vielleicht schaffen wir das noch. Ah, wir versuchen das mal. Frankreich hat die gemäßigte Mitte genommen, okay. Ja, ich hab's auch quasi gesehen. Was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, wo das herkommt. Aber man kann mit dem plötzlichen Frieden nicht umgehen und steht mit 70.000 und 4,5% Zimierung in Alicante. Ja, Frankreich ist auf minus 23, äh, Wenedig aus minus 21 gesprungen. Sehr schön. Mit etwas Glück gehen die mir doch nicht auf den Zeiger. This would be marvelous. Wie hoch ist denn ein einzelnes Darlehen, das du zurückzahlen musst? Marvin, oder musst du ein, du kannst ja nicht, du musst ja nicht ein 5000er zurückzahlen, oder? Ne, ne, 600 Dukaten, knapp. Ach so, gut. Sicher ansammeln, ne? Ich hol mir irgendwann mal Zvahili, die haben sicherlich ein bisschen Geld für mich. Gucken wir mal ganz kurz, wir hatten am meisten Kohle von allen. Eine Sekunde. Wirtschaft. Gucken wir da bei Einnahmen, oder? Ne, die haben da, da müsst ihr irgendwo ganz am Anfang, Moment. Land, Land, ne, Land, da steht ja einfach ihr Dings. Das war hier, hier hat 5600, damit kann ich fast meine Schulden abzahlen. Und dann nach Venedig. Oder Lübeck. Oder du gehst rüber nach Kortz. Kortzin hat 1300. Ach so, die haben sich die Goldmine vom Boratkin geholt. Das erklärt alles. Ach Venedig, du gehst mir auf den Keks, du... Hallo, ich bin Venedig. Absolutismus, in 102 Monaten kriegen wir Absolutismus. Yeah. Und ich hab da nicht genügend Kulturen akzeptiert. Absolut geil. Absolutli geil. Ich glaub, ich hab nicht einen einzigen Bonus für Absolutismus, das ist nicht gut. Also für das Zeitalter. Wenn ich ja 15.000 Mann... Die kann ich ja eigentlich... ...weghauen. Will ich meinen, ne? 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 Also... Schicke ich euch rüber, dann kämpfe ich nur mit 90.000 gegen, äh... Ähm... ...gegen Puren Litauen, das wird echt hart. Ob ich das schaffen kann, ich weiß es nicht. Brauchst du ein paar Sölde, ne? Absolut. Ne, Portugal wird mir echt auf den Keks gehen, aber gut, da muss ich mit klarkommen, ne? Boah, ey, Dänemark nervt einfach nur so hart mit seinen 40.000 Mann, die hier die ganze Zeit rumgammeln und meine Armeen abfangen wollen. Das ist so dumm. Äh... Dänemark. Frankreich ist übrigens eine so gemäßigte Mitte, dass es ganz gemäßigt Krieg führt. Gehen sich selbst. So gehört sich das. Finde deine innere Mitte und zerstöre sie. Ming hat mich als Rivalen bestimmt. Ich fühle mich geehrt. Das ist... Ja, die nehmen ja nur die Guten als Rivalen, ne? Oh. Weil ich... Ja, dass ich groß genug bin, um Mings Rivale zu sein. Ich meine, ich bin die größere Großmacht, weil Ming nur siebter ist. Ich komme mit... Wahrscheinlich kommen sie auch wegen dem fehlenden Reiz auf Ming nicht mit ihren Dings klar. Ähm... Günther ist Rivale von Ming. Marvin ist Rivale von Ming. Nur ich bin die Rivale von Ming. Ja, dich wollen sie nicht. Wieso bin ich kein Rivale von Ming? Dich wollen sie nicht. Die größte Großmacht. Wann auch? Bist du nicht zu groß? Wahrscheinlich. Ja, ja, das wird es sein. Mhm. Ja. Das muss es sein. Natürlich. Ich bin einfach zu gut, um so niedere Rivalen zu haben wie Ming. Dafür habe ich so tolle Rivalen, wie zum Beispiel... Ja. Österreich. Ah. Oder Polen-Litauen. Das sind gar nicht mal so schlecht. Oder Aragon. Ach, Aragon. Davon könnt ihr ja nur träumen. So, ich wette, wenn ich meine Truppen jetzt extra rübergeschüppert habe nach Italien, um gegen Venedig vorzugehen, dann wird Venedig keinen Bock mehr haben, mit dem Krieg mitzumischen. Oh, irgendjemand verhöhnt unsere militärische Tradition. Nein, wer würde denn sowas machen? Die Stämme. Brechheit. Oh nein, die Osmanen haben mich beleidigt. Was für ein dreckiges Gesindel. Die allerschlimmsten. Ich sag's doch, ich sag's doch wirklich. Ich schippe meine Truppen rüber nach Italien und was passiert, wenn die nicht mehr im Krieg mitmachen. Boah, ihr... Oh, Sint ist unabhängig. Perfekten Rapp dran. Da, da, schon die ersten zwei, da, den Zurückzahl, alles kein Thema. Äh, läuft. Läuft. Wie geil, Holland carpetet mich gerade. Was? Die machen gerade Carpet-Sieging. Bitte machen wir gerade Pause. Bitte machen wir gerade Pause, jemand. Das ist ja echt mal... Das ist ja mal mega, Leute. Guckt euch das mal. Ich hab nur so, hä, wie, die haben Dingsbums besetzt, hä? Und so, ne, da kommen so komische Meldungen und ich denk so, ah ja, das sind so Provinzen von Dänemark. Ich hab das gar nicht genau gelesen. Jetzt seh ich da, dass die gerade Heavy Carpet-Sieging machen. Ist das so bitter, ey. Mann. KI ist doch echt nur noch zum Trollen da, Leute. Das ist halt der Nachteil, wenn man keine Festungen hat, gell? Ja, ja. Da heißt das mal schnell mal 10 Söldner raus und abschlachten. Genau. Und das machen wir jetzt mal gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Jetzt muss ich auch gerade was anderes erleben. Sekunde mal. Oh, gut. Okay. Interessant. Moment, Moment, Moment. Stände. Das heißt... Okay. Das machen wir dann gleich. Dann machen wir erst mal das. Und dann machen wir das. Und dann können wir weitermachen. Jo. Stopp. Was für ein... Was für eine Lümmeltruppe, ey. Diese Holländer. Ohne Witz, ey. Da lurichen die da bei mir hier rum. Ey, nichts gegen Grongs-Fans? Nein, nein. Da kommen natürlich die 57 Schiffe der Portugiesen angeschleddert. Geschleddert ist nicht mal ein Wort, aber es ist mir egal. Die KI sehe, die mir auf den Keks geht mit ihren Schiffen. Oh, shit, das ist wahr. Können Sie es wahrlich anzugreifen? Aber wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das überhaupt nicht. Deutschland 2017. Wir schaffen das niemals. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Doch, wir schaffen das. Ich sag... Ich sag, wir schaffen das. Und du kommst jetzt mal bitte. Ah, Jünger, bist du Kabarettist geworden. Ich wär's gerne, ne? Boah, Alter, komm, jetzt mach den... Blas den Typen nochmal weg. Ich krieg halt so heftige Nachteile, weil die... Ja, komm, jetzt bitte hier rüber. Du hast auch gut Manpower-Floor in der Schlacht. Ja, 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 so ist es. Du hast viel zu viel Infantrie. Ich hab keine Zeit, um mir jetzt hier gerade Gedanken, meine Armee-Zusammenstellung zu machen. Wir müssen jetzt noch irgendjemand sagen, wie diese Dappischen Dänen da abhauen konnten. Hm. Ähm... Ich werd von Memmingen gekappelt zieht. Ich glaub es nicht. Und ich seh hier gerade... Uh. Lass mal, komm, wir haben eigentlich genügend Rekrutenreserven. Schwedische Nationalisten machen jetzt hier das Land unsicher. Was ich jetzt mal nicht so wahnsinnig schlimm finde. Ich wage es einfach mal den Krieg gegen Portugal vorzuhören. Den Seekrieg gegen Portugal anzustoßen. Na? Na? Das klappt? Ja, doch. Das kann sich sehen lassen. Was ist denn? Du bist da so Schlacht gegen Portugal. Ich mach Portugal gerade zu See platt, ja. Sehr schön. Super. Ich hab ihm mal 25 Schiffe versenkt. Weiße. Verließe ich euch meine ganzen tollen Generäle gerade. Aber ich bekomm bessere dazu. Okay, sorry. Ich ist gerade ein wenig anstrengend mit diesen ganzen Kriegen hier. Wir könnten übrigens die erste Pause schneiden. Aber jetzt bitte nicht mitten in der Schlacht. Oder doch, machen wir es mitten in der Schlacht. Die erste Pause schneiden vor allem war ein schöner Ausdruck. Wie ich diese Schlacht gewinnen kann, das sehen Sie in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Ich sage, der Typ kommt noch rechtsseite. Solltest du deinen Gewaltmarsch einsetzen? Bitte? Solltest du deinen Gewaltmarsch einsetzen? Nein, nee, doch nicht. Ja, das ist mir auch eingefallen. Aber ich hab vergessen, dass ich den hab. Ich glaube, jetzt könnte es etwas knapp werden. Scheiße. Komm schon. Ach komm. Tut mir das nicht an. Tut mir das nicht anspielt. Komm. Ja. Gerade so noch mal. Ist das nochmal gut gegangen? Warum hat das Elsass so unendlich viel Moral? Ja. Schick. Puh. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jawohl. Salam.